Willkommen wieder bei einer wunderbaren Folge Michael Fleckwurst heute auf dem Gommelschopper mit dem Kit Spider-Man. Und das Kit Spider-Man macht, der Spider-Man kann Wände hinaufklettern und hineinste schneller überwinden. Ist das nicht toll? Das ist toll, oder? Damit wir kommen. Ich hoffe, euch eingeht soweit gut. Ich bin gespannt. Das ist leider das letzte Kit auch in der Reihe. Das ist das Traurigste. Das ist das letzte Kit in dieser Reihe. Dann war's das. Das letzte Kit. Dann ist es vorbei. Dann ist es einfach vorbei. So, ich kann direkt aber jetzt im Prinzip, kann ich ja direkt hier hochbauen. Im Prinzip kann ich ja direkt jetzt hier hochbauen und mich von oben in die Mitte bauen. Da ich ja anwende... Ne, kann ich jetzt... Ja, doch. Ah, da kommt... Ah, super. Da kannst du dich. Das ist doch schon mal ein Vorteil, den ich sehr, sehr gut finde gerade. Also, sehr, sehr gut. Blum, blum, blum. Eine Rüstung holen wir uns auch noch eine komplette. Auf jeden Fall noch das hier. Noch für den Rest ein bisschen essen. Und für den Rest tun wir noch mehr Blöcke. Ah, ich brauch doch gar nicht. Ich kann doch hochklettern. Das hab ich voll vergessen. Ah, ich glaub, damit kann man wieder viel Spaß haben. Oh, nein. Oh, ich hab keinen Fallschaden bekommen, weil ich mich an der Wand gerettet hab, quasi. Tschau. Tschau. Mit Au. Ich bau mich mal direkt hoch, damit ich ein bisschen Ruhe hab hier. Na, 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 na. Ich habe die Flagge. Und Türkis ist bei mir und klaut mir mein Gold und alles. Der ist bei mir unten durch, Freunde. Woher kam der Gelbe? Woher kam der Gelbe? Du bist echt ein Arschdecke, der Türkise hier. So, hast eine Schelle bekommen, Junge. Oh mein Gott, ey. Ist das eklig. Stirb doch. Töte diesen Pinken, bitte. Danke. Tötet ihn einfach. Los. Geht alle auf ihn. Oh, yeah. Ha. Meine Flagge. Ja. Ich regeneriere aber kein Leben mehr. Ja. Das ist jetzt ein Problem. Das heißt, ich kriege wahrscheinlich so viel Falsche an, gleich. Ein halbes Herz. You're saved. Ja. Oh mein Gott, ja. Ja. Was wollt ihr alle hier, hä? Was wollt ihr alle hier? Was wollt ihr machen, hä? Was wollt ihr machen? Was willst du machen? Was willst du machen? Ich verstehe das nicht. Was will er machen? Ah, schön. Das erfreut mein Herz, Freunde. Ah, das war schön. Ja, ja. So geht das. Direkt für mich geholt, die Flagge hier. So, restliche Essen. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und ich brauche noch ein Schwert. Da habe ich mir das für Diamanten. Schöne Sache. Das Kit hat mir gerade echt so ein bisschen, echt den Osh gerettet, ne? Ich bin echt froh, dass ich das Kit habe. So, ich baue mir hier ran. Ich glaube, der Gelber holt sich jetzt erstmal die Flagge. Er hat jetzt auch eine. Keine Ahnung, was die anderen machen. Ich schilke hier einfach mal erstmal. Ich habe ja Zeit. Ich hoffe, die spawnt bei mir. Das wäre schön. Das wäre schön. Bitte, bitte, lass sie mal bei mir spawnen. Und nicht immer da drüben. Gerade zweimal ist sie schon da gespawnt. Lass sie bitte jetzt bei mir spawnen. Bitte, bitte, bitte. Oh, danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Was macht denn der Grüne da? Will er mich irgendwie belästigen oder so? Muss ich das verstehen? Die halte aber wenig der Trank, oder? War das jetzt irgendwie ein Bug? Hm. Sehr gut. Was ist der Auftrag von dem Grünen, wenn ich mal fragen darf? Aber daran sieht man schon, dass man das Spinnen-Kit hier, Spider-Man, gut und effektiv tatsächlich nutzen kann. Mit dem hier hochgekrabble. Ich fand das super. Man kann es echt super effektiv nutzen einfach. So, hier, Dankeschön. Hier, Blau hat die Flagge erobert. Schön. Ich frage mich nur, was der Auftrag vom Grünen hier gerade ist. Der verwirrt mich ein bisschen. Hm. So, wer will jetzt zuerst... Bitte spawn nochmal hier die Flagge. Dann habe ich so gut wie gewonnen, glaube ich. Ohne das Böse zu meinen. Bitte, bitte, bitte. Dann habe ich gleich gewonnen, Mama. Nee, nee. Lieber beim Gliedernen. Danke. Ich habe so viele Blöcke. Ich baue mich einfach... ...in Ruhe rüber. Ich habe so viele Blöcke, liebe Freunde. Das ist jetzt die Aufgabe von ihm. Hochstack-Wettbewerb, oder was? Nein! Nein! Oh, war doch spannend. Das war ultra spannend, oder? Ich fand das super. Ah, diese Blödmänner. Die belästigen mich aber auch übelst hier, ne? Muss mal so zu sagen. Ah, das war echt spannend gerade. Muss ich ehrlich sagen. Fand ich super. Kann ich hier das Ding upgraden? Vielleicht. Ja, kann ich. Super Sache. Kann ich das upgraden? Ja, kann ich. Super Sache 2. Der Grüne hier? Nee, der Grüne ist weg. So, Moment. Wir holen uns das. Wir holen uns das Schwert. Dankeschön. Ich werde das eigentlich wieder da hinwerfen. Und dann brauche ich eigentlich noch ein paar... Ein bisschen Essen. Perfekt eigentlich. Das reicht auch schon. Team Gelb hat auch eine Flagge. Das hat Team Gelb 2. Da müssen wir aufpassen, dass Team Gelb nicht aufmuckt. Den wir sehr gut am Gehangen haben. Durch diese runterfallen und eine Wand gehen Taktik. Dadurch kriegen wir ja kein Fallschirm. Das ist schon mal sehr gut gewesen. Spinn-Kid-FTV, Freunde. Trotzdem werden wir hier sehr stark belästigt auch von allen Gegnern. Das ist ein bisschen blöd. Plug is born. Zwei Lila. Hinterher da. Okay, das war nicht so clever. Was mache ich jetzt am besten? Dankeschön. Ich gehe mal hier hoch. Hopp, hopp. Ja. Und geschafft. Spinn-Kid. BG. Pommesquarker schreibt. BG. Er ist, glaube ich, traurig. Spinn-Kid. Das Spinn-Kid. Ach, das ist super. Wenn man so gespielt hat, wie ich jetzt gerade, ist das Kid echt super. Das hat echt oft jetzt mit dem Osch gerettet, ne? Das war wieder eine Folge. Flag Wars. Und das war das letzte Kid leider in der Reihe. Das tut mir sehr leid. Aber wenn ihr weiterhin ab und an immer wieder Flag Wars sehen wollt, das in der Bewertung teilen, Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Bestimmt kommen auch neue Maps und so, die ich dann im 8x Einsatz zeigen kann. Oder mal neue Kids. Ich weiß es noch nicht. Ja. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben noch einen Lamm bekommen. Und nochmal in die tolle Gommelotterie rein. Oh, 572 Coins. Crazy. Bis dann und ciao.